Ist es schön? Ja. Ist es auch was für Kinder? Ja. Sehr gut. Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Willkommen zu dem Unboxing-Video. Ich habe heute meine Nichte dabei, die Stella. Ja. Und wir machen das hier auf. Ich habe das Messer, weil ich der Erwachsene bin. So. Ja. Oh, guck mal, was wir da drin haben. Gummibärchen. Nein, das sind keine Gummibärchen, aber sie schmecken fast genauso gut. Gummibärchen. Es mag aussehen und sein, das ist Gummibärchen. So. Aufmachen. Okay, also, dann machen wir es mal auf. Den Spaß. Ah, guck mal, guck mal. So. Hier ist eine Beschreibung dabei, was man alles machen kann. Und das. Und das ist sicher auch irgendwas, womit man was machen kann. Also, guck, damit kann man die kleinen schneiden, wenn man das will. So, zerschneiden. Willst du es mal machen? Ja. Vorsicht mit den Fingern. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Mensch machen willst. Ja. Guck, und das da soll der, warte, das soll der Kopf sein. Ja. Guck, dann macht man das ein bisschen nass. Guck, und dann machen wir es zusammen. So, und jetzt klebt es. Willst du auch was dran kleben? Hier, mach es dran. Drücken ein bisschen. Also, wir haben hier schon fast einen Menschen fertig gemacht. Ja, mach nochmal, mach nochmal. Nochmal. Hervorragend. Das Kind spielt. Also, was will man mehr? Du spielst, gell? Das ist schön. Ja. Oder Blumen. Ja. Willst du ein Schminderling machen? Ja. Hier sind ganz viele Vorschläge, was man alles machen kann. Ja. Und kleine Bauanleitungen. So, wir versuchen einen Hund. Ja. Okay, gut. Gut. Ich mache jetzt hier, ich mache jetzt die Ohren für den Hund. Ja, die fliegen. Was machen die fliegen hier? Die wollen unseren Mais klauen. Mais klauen. Halt. Ich auch. Willst du die Zunge machen? Also, wenn das nicht der ultimative Hund ist. Ja. Das ist schön. Das haben wir echt gut gemacht. Ja. Das Blatt macht man nass. Jetzt geht es noch ein bisschen einfacher. Wenn du was zusammenkleben willst, machst du einfach so. So, so, so. Okay. Okay, ja. Das ist unser Mensch. Der Mensch. Zeig nochmal in die Kamera den Mensch. Ja, das ist unser Mensch. Ja. Ganz wichtig, das kann man sogar. Es ist nicht schlimm, wenn die Kinder das verschlucken, weil es eben aus Maisstärke ist. Oh. Ja. Aber nett essen. Guck, einer geht noch. Ah. Ja. Passen mit deinen Fingern auf. Ja. Also, ich will nochmal kurz den Hund zeigen. Also, man muss nicht direkt so ein Bottich kaufen. Man kann auch kleinere Packen kaufen hier. Aber natürlich ist so ein Bottich nicht schlecht. Ja. Ja. Vor allem, wenn es die Stella sagt, dann ist es wirklich gut. Da sind 500 Stück drin in diesem Eimerchen. Der Preis, weiß ich jetzt nicht, aber der steht in der Beschreibung. So, machen. Fingerabputzen. Das Tuch kann man natürlich auch zum Fingerabputzen benutzen. Hier, Besteck von Greenway. Das ist nämlich, ja. Die Stella kennt sich nämlich aus mit ökonomisch, ökologischen Sachen. Ja. Ja. Sehr gut. Also, hier nochmal am Rande erwähnt, man kann die Sachen auch sich zusammendrücken und formen, wie man will und dann eben zusammenkleben. Und dann kommen solche wunderbaren Sachen raus, wie dieses... Baum. Wie dieser Baum. Das ist ein schöner Baum, gell? Schöner Baum. Den haben wir gut gemacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Was ist das? Baum. Das ist auch ein Baum, oder? Wie man im Fachkreisen sagt, Papa Schlumpf. Ja. 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 Willst du dir die Schuhe rausnehmen, dass du besser reden kannst? Ja. Ja. So. Aber pass mit deinen Fingern auf. Ja. 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 Sehr gut. Aber guck, wohin du schneidest. Hier nochmal unsere Werke. Der Baum aka Papa Schlumpf. Äh, noch ein Baum. Papa Plumps. Ja. Papa Plumps. Was war das? Was war das? Auge. Das ist der Haas. Der verrückte Hammelhaas. Guck dir an, was er wieder schafft. Ich flipp aus. Wirklich. Guck mal, guck mal, was er macht. Der Peser Haas, gell? Böse Haas. Ich soll die Kamera wieder ins Stativ machen. Guck immer dahin, wo du schneidest. Boah. Boah. Guck mal, vielleicht ist es einfacher, wenn man es ablegt. Oh, Stella, das geht gut. Guck mal, dann kann man es auseinanderziehen, den Rest. Also, das ist ein schönes Produkt, Stella, oder? Was würdest du sagen? Ja. Es ist schön? Ja. Ist es auch was für Kinder? Ja. Sehr gut. Ja. Sie meint gerade, man könnte etwas nasch werden. Das stimmt natürlich. Ja. Aber es ist wirklich optimal, da die Kinder das einfach naschen können. Naschen. Könnten. Ja. Ja. Und es ist nicht schlimm, da es eben aus Maisstärke und so weiter besteht. Natural safe. Also, es zersetzt sich auch und sowas. Wächt? Baum. Noch ein Baum. Man kann mit dem Produkt wirklich sehr gut Bäume bauen. Wundert euch nicht über meine... Ich habe mir gerade das Gesicht gewaschen, die Haare sind auch nassisch. Hallo, Omi. Ja, das war ein Gruß für die Omi, weil die schaut nämlich auch rein. Und wenn die Omi das sieht, dann freut sie sich, gell? Ja. Kommt wieder. Ja. Wir baden. Ja, dann gehen wir ins Schwimmbad. Wir gehen ins Schwimmbad, wenn die Oma wieder kommt. Ja. Vielleicht nehmen wir auch den Playmice mit und essen den. Ja. Oder so. Ja. So, Stella, dann vielen Dank, dass du dabei warst, gell? So, vielen Dank. Die Gage gibt es dann später. 1.000 Euro im Sommer gesagt. Und jetzt mache ich die Pizza wieder an, ne? Dass wir heute gleich was essen können. Die Herren und Damen der Schöpfung essen nämlich Pizza. Ja. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, ja. Das war meine Nichte. Es fiel mir echt schwer, immer Stella zu sagen. Sie heißt Stella, aber ich sage am liebsten Sibylle oder Stulle zu ihr. Ich weiß auch nicht, warum. Und ja, das ist nochmal hier die Bestätigung zu den sieben Bäumen, die bis jetzt gepflanzt wurden. Der Rest folgt. Und da, wo ich so schön, ich habe ein paar Mal geguckt in die Kamera und hier mit der Kamera gespielt und hin und her. Das war das perfekte Ding. Zwei Stunden habe ich auch. Schlagende Vorschläge, das vorgeschlagene Spiel. Dann haben wir besonders hier raus.